ja hallo ihr lieben heute mal wieder hier aus meinem wohnzimmer und es soll nur ganz kurz um das laufende und bald endende gewinnspiel gehen ja wie ihr vielleicht gerade gesehen habt habe ich ein kleines problem mit meinem bein ich habe einen kleinen arbeitsunfall gehabt nichts gravierendes nichtsdestotrotz bin ich eine weile außer gefecht gesetzt und krankgeschrieben deshalb kommen auch zurzeit keine großen basteleien oder ähnliches hier auf instagram und ja ich wollte mich ja eigentlich wegen des gewinnspiels schon öfter und schon länger melden allerdings gab es einen familiären zwischenfall der uns allesamt sehr betroffen gemacht hat und deshalb steht mir eigentlich nicht mal jetzt der sinn danach mein gewinnspiel hier noch einmal zu erklären und zu erläutern aber es ist nun mal begonnen und ja ich möchte es auch zu ende bringen deshalb hier einmal ganz kurz noch einmal die regeln weil ich glaube ihr habt sie alle nicht so richtig verstanden also hier noch einmal ich weiß nicht ob man das erkennen kann ich habe das hier mal aufgelistet aber ich werde es nachher auch noch mal posten also um zu gewinnen was müsst ihr genau tun für den zweiten und den dritten preis braucht ihr nichts weiter zu tun als mich auf instagram zu abonnieren mich auf youtube zu abonnieren mindestens eins eurer fotos mit dem hashtag saukool basteln zu posten diese drei punkte mehr müsst ihr für platz zwei und drei nicht tun für den ersten preis allerdings da erwarte ich ein bisschen mehr ich meine es geht ja bei diesem gewinnspiel um ein einjähriges bestehen auf youtube deshalb sollte dieses gewinnspiel meiner meinung nach auch irgendetwas mit youtube zu tun haben und folgendes müsst ihr zusätzlich noch erfüllen um den ersten preis den akkuschrauber gewinnen zu können innerhalb meiner ersten vier videos gibt es eine szene die doppelt vorkommt sie ist einmal in normaler geschwindigkeit und einmal in erhöhter geschwindigkeit dort zu finden ihr müsst also nichts weiter tun als diese szene herauszufinden und natürlich könnt ihr mir das unter dem entsprechenden video einfach kommentieren indem ihr die zeiten für beide szenen mir einfach darunter schreibt und der zweite punkt den ihr erfüllen müsst zusätzlich für diesen akkuschrauber ist folgendes innerhalb der ersten vier projekt videos erwähne ich einen kanal schriftlich in diesem video diesen kanal habe ich allerdings falsch geschrieben findet heraus um welchen kanal es sich dort handelt und jetzt möchte ich euch zwei tipps geben die euch das finden der geforderten dinge leichter machen die doppelte szene dafür müsst ihr natürlich nicht die ganzen vier videos komplett durchschauen diese doppelte szene findet statt innerhalb der ersten fünf minuten dieser videos tipp nummer zwei den falsch geschriebenen kanal namen findet ihr am ende des entsprechenden videos also auch hier braucht ihr nicht das ganze video schauen sondern schaut euch einfach die letzten ein zwei minuten des videos an und dort werdet ihr fündig ich hoffe die beteiligung wird jetzt wächst jetzt ein wenig für dieses gewinnspiel eventuell werde ich es eine woche verlängern weil ich eben diesen tipp den ich schon viel länger euch geben wollte erst jetzt euch gegeben habe ich schaue mal wie die beteiligung bis zum ende der woche aussieht es gab im ursprünglichen post zum gewinnspiel auch noch einen punkt 4 den ihr hättet erfüllen können also es war von anfang an kein muss deshalb habe ich ihn jetzt komplett rausgenommen also ich hatte dort noch stehen als vierten punkt ich darf es nicht verlangen und deshalb tue ich es auch nicht aber es wäre schön wenn ihr vielleicht ein eurer freunde verlinkt da ich das aber sowieso nicht verlangen kann wie ich auch dort schon geschrieben habe nehme ich diesen vierten punkt komplett raus also es ist ja nicht wirklich eine veränderung weil ich es ja von anfang an nicht verlangt habe nichtsdestotrotz würde ich es natürlich cool finden wenn ihr das gewinnspiel mit euren freunden teilen würdet oder verlinken würdet ja ich würde mich auf jeden fall über eine rege teilnahme sehr freuen also machts gut ich wünsche euch noch einen schönen tag haut rein tschö 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 tschö